Hallo an alle Seifenfreunde! Meine heutige Seife ist eine besonders frische Seife mit viel blau, etwas grün und etwas weiß und einem Parfum, das so richtig schön nach Meer riecht, Meeresbrise eben. Meine Ölmischung habe ich bereits vorbereitet und ihr findet die Rezeptur in der Videobeschreibung. Zur Pflege der Haut habe ich diesmal Kaolin zugegeben. Der Farbstoff Ultramarinenblau gibt immer ein besonders schönes Blau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein schönes Muster braucht die Seife natürlich auch und das ist mit einem Glasstab schnell gezaubert. Nachdem die Seife 24 Stunden geruht hat, bin ich gespannt auf das Ergebnis. Musik Hier habe ich auf einmal 12 Stücke Seife und das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Musik Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch diese Seife gefällt. Und gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Musik 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 Musik